Grüß Gott meine Herrschaften! Heute besuchen wir das Romantikhotel Lindner in Bad Aibling am wunderschönen Marienplatz. Hallo, ich bin Joost Altmar. Ich habe vor genau einem Jahr und einem Monat dieses wunderbare Hotel Lindner am Marienplatz in Bad Aibling übernommen und gepachtet habe ich es von einer Institution, der Grand Dame der bayerischen Hotellerie Erna Lindner. Insgesamt verfügt das Haus über 56 Zimmer ganz unterschiedlicher Kategorien. Wir haben einfach Einzelzimmer, wir haben Doppelzimmer in der Superior-Kategorie und es gibt ganz tolle Junior-Suiten. Wir sind Mitglied bei den Romantikhotels, eine wahrliche Auszeichnung, wirklich eine Vereinigung von ganz tollen Hotels, die in Privatbesitz sind, die mindestens vier Sterne haben und die sich auszeichnen durch eine ganz besondere Gastronomie. Und so stehen auch wir da. Wir haben zwei Restaurants, wir haben die Schwämme mit einer bayerischen Küche, wir haben hier die altehrwürdigen Stuben mit einer alpenländischen Hochküche und das Ganze gibt es bei schönem Wetter freilich auch draußen am Marienplatz und hinten etwas geschützt und etwas ruhiger eben auf der Hochterrasse.